Hallo, hallo, ich bin's wieder, euer Karrian und das ist nur ein kleines VIP zu meinen neuen Mock. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich jetzt einen Mock gebaut habe und deswegen dachte ich mir, okay, ich kann hier mal einen Mock bauen. Und da ich letztens ein sehr heißes Mock gemacht habe, also ein Mustafa Mock, dachte ich mir, mache ich mal dieses Mal ein bisschen kälteres Mock, ein bisschen cooleres Mock. Und ja, und da dachte ich mir, ich könnte doch mal einen Mock machen, was auf dem Eisplaneten spielt, genau. Und da bin ich zum Schluss gekommen, baue ich mal einen Mock, das auf Orto Plutonia spielt. Ja, der Planet sollte euch auf jeden Fall bekannt sein, aus der ersten Staffel von Star Wars The Clone Wars. Und ja, und da dachte ich mir, der ist ganz cool, der würde sich dafür ganz gut eignen. Und währenddessen ich anfing, das Mock zu bauen oder sogar vielleicht sogar noch vorher, hat Click Productions Video hochgeladen, sein 2-Jahres-YouTube-Special, wo er dann eben seine Abonnenten aufgefordert hat, eben ein kleines Mikromock zu bauen, das dann zu filmen und das hochzuladen. Und er wird dann ein großes Video von den ganzen Einsendungen zusammenschneiden. Und da dachte ich mir, das ist doch mal eine Hammer-Idee, kann ich doch mal mitmachen. Und ja, also ich muss sagen, ich finde das allgemein eine sehr gute Idee, mir gefällt das. Und ja, nochmal von mir, falls du das Video schaust, Click Productions, herzlichen Glückwunsch. Und danach stand auf jeden Fall fest, das Mock wird auf jeden Fall gebaut. Das, was ihr jetzt seht, das war sozusagen so ein Prototyp in der Version 1, also damit ich ungefähr weiß, wie das aussehen wird. Es wird auf jeden Fall eine Schlacht darstellen, was genau für eine Schlacht, weiß ich noch nicht. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass das eine Stelle von einem Berg darstellen soll und dass dort ein Eingang ist. Mehr würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Und das Mock wird auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner gemacht, weil das Mock darf ja nur 16x16 groß sein. Und ansonsten, das war's für die WEP und vielen Dank für das Zuschauen. Und das war's für die WEP.